Modelltest 9 Teil 1 Sie hören nun fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit dem Informationsdienst der Festhalle im Dorf Hügelheim verbunden. Am Freitag, den 18. und Samstag, den 19.03. findet jeweils ab 19.30 Uhr der 35. Dorfabend in unserem Haus statt. Einlass ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten für beide Abende sind am Dienstag, den 15. März, ab 18.00 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Der Erlös des Dorfabends ist für die Vereins- und Jugendarbeit im Dorfe bestimmt. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit dem Informationsdienst der Festhalle im Dorf Hügelheim verbunden. Am Freitag, den 18. und Samstag, den 19.03. findet jeweils ab 19.30 Uhr der 35. Dorfabend in unserem Haus statt. Einlass ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten für beide Abende sind am Dienstag, den 15. März, ab 18.00 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Der Erlös des Dorfabends ist für die Vereins- und Jugendarbeit im Dorfe bestimmt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Kaufhaus. Sehr verehrte Kundschaft, in unserer Lebensmittelabteilung im Untergeschoss erwarten Sie heute preisgünstige Angebote. Koteletts vom Schwein für Grill und Pfanne, 700 Gramm zum Aktionspreis für 2,79 Euro. Ganz besonders fein für Ihr Sonntagsessen. Außerdem in Angebot Dr. Oetker Restaurante Pizza, tiefgefroren, zwei Stück in der 700-Gramm-Packung, heute nur 3,49 Euro statt 4,65 Euro. Weiterhin bieten wir beim Kauf einer Kiste Coca-Cola 12 mal 1 Liter zusätzlich zwei Flaschen gratis. Die Kiste nur 7,99 Euro. Schließlich bieten wir für Ihre gesunde Ernährung Tafeläpfel Granny Smith aus Südafrika im 1,5-Kilo-Beutel, heute nur 1,99 Euro. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sehr verehrte Kundschaft, in unserer Lebensmittelabteilung im Untergeschoss erwarten Sie heute preisgünstige Angebote. Koteletts vom Schwein für Grill und Pfanne, 700 Gramm zum Aktionspreis für 2,79 Euro. Ganz besonders fein für Ihr Sonntagsessen. Außerdem in Angebot Dr. Oetker Restaurante Pizza, tiefgefroren, zwei Stück in der 700-Gramm-Packung, heute nur 3,49 Euro statt 4,65 Euro. Weiterhin bieten wir beim Kauf einer Kiste Coca-Cola 12 mal 1 Liter zusätzlich zwei Flaschen gratis. Die Kiste nur 7,99 Euro. Schließlich bieten wir für Ihre gesunde Ernährung Tafeläpfel Granny Smith aus Südafrika im 1,5-Kilo-Beutel, heute nur 1,99 Euro. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Kaufhaus. Verehrte Kundschaft, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. In der Herrenabteilung, in der dritten Etage unseres Bekleidungshauses, wurde an der Kassa nahe beim Aufzug ein Mobiltelefon der Marke Nokia gefunden. Das Handy kann an der Sammelkassa im Erdgeschoss abgeholt werden. Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Verehrte Kundschaft, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. In der Herrenabteilung, in der dritten Etage unseres Bekleidungshauses, wurde an der Kassa nahe beim Aufzug ein Mobiltelefon der Marke Nokia gefunden. Das Handy kann an der Sammelkassa im Erdgeschoss abgeholt werden. Ich wiederhole. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie hören den Wetterbericht für heute, Donnerstag, 27. Oktober. In Berlin und Umgebung ist es meist trüb durch nebelartige Bewölkung, besonders am Vormittag und am Mittag. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Im Laufe des Nachmittags kann sich sogar zeitweise die Sonne zeigen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost mit Windstärke 3 bis 4. Im übrigen Deutschland anfangs bewölkt, später sonniges und trockenes Wetter. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. Tageshöchsttemperaturen zwischen 11 Grad an der Küste und 17 Grad im Süden in Alpenähe. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie hören den Wetterbericht für heute, Donnerstag, 27. Oktober. In Berlin und Umgebung ist es meist trüb durch nebelartige Bewölkung, besonders am Vormittag und am Mittag. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Im Laufe des Nachmittags kann sich sogar zeitweise die Sonne zeigen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost mit Windstärke 3 bis 4. Im übrigen Deutschland anfangs bewölkt, später sonniges und trockenes Wetter. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. Tageshöchsttemperaturen zwischen 11 Grad an der Küste und 17 Grad im Süden in Alpenähe. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Katrin, hier ist Jonas. Wir sind doch heute zum Eislaufen verabredet. Leider kann ich dich nun doch nicht abholen, weil ich noch etwas von meiner Mutter erledigen muss. Wir treffen uns dann so um 5, Viertel nach 5, direkt vor dem Horst-Dom-Eislauf-Stadion in der Fritz-Wildungs-Straße 9. Ich erkläre dir kurz, wie du da hinkommst. Also, geh den Hohenzollern-Damm immer geradeaus, über die Forkenbeck-Straße bis zur Landecker-Straße. Da wiegst du rechts ab und gehst weiter geradeaus über die Kuno-Straße bis zur Fritz-Wildungs-Straße. Nach ein paar Metern siehst du auf der linken Seite schon das Eis-Stadion. Falls du Probleme hast, es zu finden, kannst du mich ja auf dem Handy anrufen. Also, tschüss, bis dann. Ich freu mich schon. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Katrin, hier ist Jonas. Wir sind doch heute zum Eislaufen verabredet. Leider kann ich dich nun doch nicht abholen, weil ich noch etwas von meiner Mutter erledigen muss. Wir treffen uns dann so um 5, Viertel nach 5, direkt vor dem Horst-Dom-Eislauf-Stadion in der Fritz-Wildungs-Straße 9. Ich erkläre dir kurz, wie du da hinkommst. Also, geh den Hohenzollern-Damm immer geradeaus über die Forkenbeck-Straße bis zur Landecker-Straße. Da wiegst du rechts ab und gehst weiter geradeaus über die Kuno-Straße bis zur Fritz-Wildungs-Straße. Nach ein paar Metern siehst du auf der linken Seite schon das Eis-Stadion. Falls du Probleme hast, es zu finden, kannst du mich ja auf dem Handy anrufen. Also, tschüss, bis dann. Ich freu mich schon. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Veranstaltungstipps im Radio Gleich zu Beginn unserer heutigen Sendung möchten wir Sie auf eine besonders interessante Veranstaltung aufmerksam machen. In der Reihe Bellarte Events findet am Samstag, den 28.07. um 20 Uhr im Brunnenhof der Residenz das Konzert Eine griechische Sommernacht – Ägäische Träume mit Maria Faranduri und Bandstadt. Bei Regen wird die Vorstellung in den Herkules-Saal verlegt. Tickets unter www.bellarte-münchen.de oder unter 089-811-6191. Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Gleich zu Beginn unserer heutigen Sendung möchten wir Sie auf eine besonders interessante Veranstaltung aufmerksam machen. In der Reihe Bellarte Events findet am Samstag, den 28.07. um 20 Uhr im Brunnenhof der Residenz, Das Konzert Eine griechische Sommernacht – Ägäische Träume mit Maria Faranduri und Bandstadt. Bei Regen wird die Vorstellung in den Herkules-Saal verlegt. Tickets unter www.bellarte-münchen.de oder unter 089-811-6191. Ich wiederhole. Teil 2 Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie fünf Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie besuchen das Mercedes-Benz Museum und bekommen einige Informationen zu Beginn der Führung. Guten Tag meine Damen und Herren und liebe Kinder. Ich darf Sie ganz herzlich hier im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart begrüßen. Sie haben sich für eine Automobilführung entschieden. Was Sie hier leider nicht sehen werden, dazu müssten Sie ins Werk nach Untertürkheim fahren, ist die Produktion der Autos. Ebenso wird die Endmontage der Autos nicht hier, sondern in Bremen, Sindelfingen und Raststadt ausgeführt. Vor Ihrem Rundgang, auf dem Sie Ihr Audioguide begleiten wird, möchte ich einleitend noch ein paar Worte sagen. Wie Sie sicher wissen, begründeten Gottlieb Daimler und Karl Benz im Jahr 1886 mit der Marke mit dem Stern das neue Automobilzeitalter. Das Museum, in dem wir uns hier befinden, wurde 2006 eröffnet und kostete mit seiner einzigartigen Architektur rund 150 Millionen Euro. Übrigens können Sie auf der speziellen Architektur- und Kunstführung jeden Freitag um 16 Uhr mehr über das Bauwerk erfahren. Hier haben Sie die Gelegenheit, 120 Jahre Automobilgeschichte zu erleben. Das Mercedes-Benz Museum ist das einzige auf der Welt, das die Geschichte der Automobilindustrie so lückenlos darstellt. Insgesamt sind 160 Wagen ausgestellt. Sie sehen aber auch zahlreiche technische Neuheiten und bekommen Informationen zur Geschichte der Firma. Der chronologische Rundgang beginnt also im Jahr 1886 und führt Sie bis in die Gegenwart. Dazu fahren Sie mit dem Lift auf die Ebene 9. Auf dem Weg nach oben sehen Sie im Aufzug Schwarz-Weiß-Bilder, die auf die gegenüberliegenden Wände projiziert werden. Dadurch werden Sie immer weiter zurück in die Vergangenheit geführt. Oben angekommen sehen Sie fünf thematisch gestaltete Kollektionen oder besuchen nach Belieben sieben Mythosräume, die jeweils für eine Zeitepoche stehen. Beide Rundgänge führen Sie zum Ausgangspunkt zurück. Sollten Sie sich nach Ihrem Rundgang erfrischen wollen, so können Sie bis 18 Uhr unsere Kaffeebar auf Ebene 1 besuchen. Dort werden Kaffeespezialitäten, Snacks und Köstliches vom Konditor angeboten. Wenn Sie größeren Hunger bekommen haben, ist das Restaurant bis 19 Uhr geöffnet und erwartet Sie mit einer Reihe von Spezialitäten. Die warme Küche schließt allerdings schon um 18.30 Uhr. Zum Einkaufen empfehle ich Ihnen dann noch unseren Museumsshop, ebenfalls geöffnet bis 18 Uhr. So, nun soll es aber losgehen. Ich verteile jetzt die Audio-Guides und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Teil 3 Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie sieben Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie sind an einer Straßenbahnhaltestelle und hören, wie sich zwei Jugendliche über ihre Geschwister unterhalten. Servus Eva, fährst du auch in die Stadt? Servus Ben. Ja, ich treffe mich mit einer Freundin. Wir wollen einkaufen gehen. Und du? Ich gehe mit einem Freund vom Basketball ins Kino. Ey, das ist ja echt ein cooles T-Shirt. Ja, das hat mir meine Schwester aus Wien mitgebracht. Was macht denn deine Schwester in Wien? Die studiert doch da. Zahnmedizin. Und dann wohnt die jetzt in Wien? Wie soll sie denn sonst studieren? Und sie kommt nur ganz selten nach Hause. In den Semesterferien, an Ostern, an Weihnachten und dann vielleicht noch einmal jeden Monat fürs Wochenende. Das finde ich viel zu wenig. Aber Mensch, du hast doch Glück. Wieso? Weil du deine große Schwester endlich los bist. Keiner mehr, der dir immer sagt, mach dies, mach das. Keiner mehr, der im Fernsehen immer nur seine Lieblingssendungen sehen will. Nein, so war meine Schwester nie. Wir haben uns immer gut verstanden. Und jetzt fehlt sie mir. Wir haben viel zusammen gemacht. Ich habe auch manchmal bei ihr im Zimmer geschlafen. Dann haben wir immer noch ganz lange geredet. Ach so. Du hast dein eigenes Zimmer. Ich nicht. Ich muss mein Zimmer mit meinem Bruder teilen. Und der räumt nie auf. Wir streiten uns dauernd. Das ist wirklich nicht schön. Und wenn er morgens um halb sechs aufsteht, macht er immer einen furchtbaren Lärm. Dann werde ich auch wach. Obwohl ich noch eine Stunde schlafen könnte. Warum muss denn dein Bruder schon um halb sechs aufstehen? Er macht eine Lehre in Innsbruck. Da braucht er morgens eine Stunde, bis er da ist. Und was lernt dein Bruder? Mechatroniker. Bei einem Betrieb, der Autos und Motorräder herstellt. Aber meinem Bruder machen die Motorräder mehr Spaß als die Autos. Und über Motorräder weiß er gut Bescheid. Woher weißt du das denn? Er hat schon von unheimlich vielen Freunden und Bekannten die Motorräder repariert. Das kann er echt gut. Das ist ja toll. Ja, und das Auto von Papa hat er auch repariert. Und mein Fahrrad auch. In unserer Garage hat er sich eine ganze Werkstatt eingerichtet und verdient sich dadurch ein bisschen Geld dazu. Jetzt in der Lehre kriegt er ja noch nicht viel Lohn. Und was macht dein Papa jetzt mit seinem Auto? Er parkt auf der Straße. Das findet er nicht so toll. Aber dafür repariert ihm mein Bruder das Auto umsonst. Teil 4 Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie acht Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Untertitelung. Vielen Dank. Der Moderator der Radiosendung, Al de Gugger, diskutiert mit Frau Gerber, Mutter von zwei pubertierenden Kindern, und Frau Steiner, Direktorin einer internationalen Sekundarschule, über das Thema Jugendgewalt. Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio ABC. Gewalttaten von Jugendlichen sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Leider. Wir diskutieren darüber mit Frau Steiner, der Direktorin einer internationalen Sekundarschule, und Frau Gerber, Mutter von zwei pubertierenden Kindern. Frau Steiner, Sie haben eine langjährige Erfahrung mit Jugendlichen. Was meinen Sie, sind Jugendliche in den letzten Jahren gewalttätiger, aggressiver geworden? Oder war es immer so? Dass die Teenager schnell gereizt, also genervt werden, ist nichts Neues. Sie verlieren leicht die Geduld, und dann kann es zu Streitereien kommen. Allerdings ist die Gewaltbereitschaft gestiegen. Das sehen wir jeden Tag auf dem Schulhof. Aha. Ob tatsächlich die Jugendlichen immer krimineller, immer gewalttätiger werden, wollte auch eine Studie herausfinden. Die Ergebnisse sind beunruhigend. Ein Viertel aller Jugendlichen im neunten Schuljahr hat bereits mindestens einmal eine Körperverletzung begangen oder bei einer Gruppenschlägerei mitgemacht. Ich möchte hierzu auch was sagen. Ja bitte, Frau Gerber. Zahlen entsprechen nicht immer der Wirklichkeit. Der Grund für die Zunahme könnte ebenso gut sein, dass heute mehr angezeigt wird. Ganz im Gegenteil. Es wird sogar weniger angezeigt als in den vorigen Jahren. Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich wundere mich auch darüber, denn gerade so etwas sollte man sich nicht gefallen lassen. Nun möchte ich nach der Rolle des Elternhauses bei der Gewaltbereitschaft der Jugendlichen fragen. Ich meine nicht die Familie als Vorbild, das ist klar, sondern die Kontrolle durch die Familie. Frau Steiner, was meinen Sie dazu? Da haben Sie den richtigen Punkt getroffen. Wenn die Eltern nicht kontrollieren, wo sich ihre Kinder aufhalten, mit wem und was sie machen, dann entstehen die Probleme. Und genau in solchen Fällen haben Jugendliche ein problematisches Verhalten. Sind Sie der gleichen Meinung, Frau Gerber? Ja, es ist ja immer leicht zu sagen, die Familie ist an allem schuld. Dann haben die anderen Institutionen keine Verantwortung für Missstände. Ich würde sagen, jeder Fall ist anders. Wenn Eltern nicht kontrollieren können oder wollen, wäre vielleicht eine Ausgangssperre die Lösung. In Interlaken, Zurzach, Biel und in vielen anderen Städten und Gemeinden dürfen sich Schüler zwischen 23 und 6 Uhr nur dann in öffentlichen Räumen aufhalten, wenn sie von den Eltern begleitet werden. Die Erfahrungen mit dieser Massnahme sind sehr positiv. Was meint die Mutter von zwei Jugendlichen dazu? Ich sehe nicht ein, warum meine Buben nicht allein vom Sportverein nach Hause kommen können, weil ein paar ausländische Familien ihre Kinder nicht erziehen können. Das Gesetz sollte nur für die Ausländer gelten. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie haben aber starke Vorurteile, Frau Gerber. Ich bin über 20 Jahre in dieser internationalen Schule und ich kann Ihnen sagen, dass das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen gar kein Problem ist. Ganz im Gegenteil. Wir erziehen unsere Schüler dazu, dass sie tolerant sind. Und in der Erziehung sehe ich mehr Chancen als in Verboten und Gesetzen. Dazu noch eine Information. Die schlimmsten Gewalttaten in den letzten Jahren wurden durch Schweizer Jugendliche begangen, nicht durch Ausländische. Frau Gerber, Sie haben vorhin erwähnt, dass Ihre Kinder Sport treiben. Glauben Sie, dass Sport eine präventive Wirkung haben kann? Kann man also durch Sport Gewalttaten verhindern? Mein Mann und ich haben uns aus ganz anderen Gründen dafür entschieden, dass unsere Kinder Sport treiben. Aber Sport kann zweifellos auch dabei helfen. Einerseits lernt man dort Fairplay und andererseits kann man sich ganz gut abreagieren. Teilen Sie diese Meinung, Frau Steiner? Jein, sicher hat Sport eine Menge Vorteile. Das bezweifelt niemand. Aber er hat nicht a priori eine präventive Wirkung. Das hängt von der Sportart ab. Es gibt nämlich Sportarten, die mit viel Gewalt verbunden sind. Der Anteil der gewalttätigen Jugendlichen bei Kampfsport ist zum Beispiel sehr hoch. Interessant. Nun ein anderes Stichwort. Wie wir alle wissen, macht Alkohol aggressiv. In der Schweiz verbietet das Gesetz den Verkauf von Wein, Bier und Apfelwein an unter 16-Jährige und von Spirituosen, Aperitifs und Alkopops an unter 18-Jährige. Ist das Ihrer Meinung nach genug? Sollte vielleicht das Gesetz noch strenger werden, Frau Gerber? Ja, auf jeden Fall. Man sollte den Verkauf von Alkohol jeder Art an unter 18-Jährige verbieten. Denn Alkohol hat Auswirkungen auf das Verhalten und dies kann sich in Streit äussern. Und was meinen Sie, Frau Steiner? Ich befürchte, eine Änderung des Gesetzes würde kaum helfen. Das Problem liegt nicht daran, dass jemand unter 18 Bier oder Wein kaufen darf. In meinen Augen hängt das vielmehr damit zusammen, dass Jugendliche gern etwas Unerlaubtes machen. Auch eine Gewalttat? Natürlich. Oft wollen die Jugendlichen zeigen, dass sie stärker sind. Sie wollen Eindruck machen und erwarten die Anerkennung der anderen. Was für Vorschläge hätten Sie, Frau Steiner, um dieses komplizierte Problem anzugehen? Jugendgewalt ist nicht ein Problem, das nur die eine oder die andere Seite lösen kann. Zusammenarbeit von Familie, Schule, Staat und so weiter ist erforderlich. Am wichtigsten finde ich, dass alle klar zeigen, Gewalt wird nicht toleriert. Und Sie, Frau Gerber? Wichtig finde ich auch, dass die Kinder konfliktfähig werden. Die meisten Kinder sind Einzelkinder und haben nie gelernt, mit anderen zu streiten. Da könnte die Schule helfen, meine ich. Meine Damen, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio ABC. Gewalttaten von Jugendlichen sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Leider. Wir diskutieren darüber mit Frau Steiner, der Direktorin einer internationalen Sekundarschule, und Frau Gerber, Mutter von zwei pubertierenden Kindern. Frau Steiner, Sie haben eine langjährige Erfahrung mit Jugendlichen. Was meinen Sie, sind Jugendliche in den letzten Jahren gewalttätiger, aggressiver geworden? Oder war es immer so? Dass die Teenager schnell gereizt, also genervt werden, ist nichts Neues. Sie verlieren leicht die Geduld und dann kann es zu Streitereien kommen. Allerdings ist die Gewaltbereitschaft gestiegen. Das sehen wir jeden Tag auf dem Schulhof. Aha. Ob tatsächlich die Jugendlichen immer krimineller, immer gewalttätiger werden, wollte auch eine Studie herausfinden. Die Ergebnisse sind beunruhigend. Ein Viertel aller Jugendlichen im neunten Schuljahr hat bereits mindestens einmal eine Körperverletzung begangen oder bei einer Gruppenschlägerei mitgemacht. Ich möchte hierzu auch was sagen. Ja bitte, Frau Gerber. Zahlen entsprechen nicht immer der Wirklichkeit. Der Grund für die Zunahme könnte ebenso gut sein, dass heute mehr angezeigt wird. Ganz im Gegenteil. Es wird sogar weniger angezeigt als in den vorigen Jahren. Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich wundere mich auch darüber. Denn gerade so etwas sollte man sich nicht gefallen lassen. Nun möchte ich nach der Rolle des Elternhauses bei der Gewaltbereitschaft der Jugendlichen fragen. Ich meine nicht die Familie als Vorbild, das ist klar, sondern die Kontrolle durch die Familie. Frau Steiner, was meinen Sie dazu? Da haben Sie den richtigen Punkt getroffen. Wenn die Eltern nicht kontrollieren, wo sich ihre Kinder aufhalten, mit wem und was sie machen, dann entstehen die Probleme. Und genau in solchen Fällen haben Jugendliche ein problematisches Verhalten. Sind Sie der gleichen Meinung, Frau Gerber? Ja, es ist ja immer leicht zu sagen, die Familie ist an allem schuld. Dann haben die anderen Institutionen keine Verantwortung für Missstände. Ich würde sagen, jeder Fall ist anders. Wenn Eltern nicht kontrollieren können oder wollen, wäre vielleicht eine Ausgangssperre die Lösung. In Interlaken, Zurzach, Biel und in vielen anderen Städten und Gemeinden dürfen sich Schüler zwischen 23 und 6 Uhr nur dann in öffentlichen Räumen aufhalten, wenn sie von den Eltern begleitet werden. Die Erfahrungen mit dieser Massnahme sind sehr positiv. Was meint die Mutter von zwei Jugendlichen dazu? Ich sehe nicht ein, warum meine Buben nicht allein vom Sportverein nach Hause kommen können, weil ein paar ausländische Familien ihre Kinder nicht erziehen können. Das Gesetz sollte nur für die Ausländer gelten. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie haben aber starke Vorurteile, Frau Gerber. Ich bin über 20 Jahre in dieser internationalen Schule und ich kann Ihnen sagen, dass das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen gar kein Problem ist. Ganz im Gegenteil. Wir erziehen unsere Schüler dazu, dass sie tolerant sind. Dazu noch eine Information. Die schlimmsten Gewalttaten in den letzten Jahren wurden durch Schweizer Jugendliche begangen, nicht durch Ausländische. Frau Gerber, Sie haben vorhin erwähnt, dass Ihre Kinder Sport treiben. Glauben Sie, dass Sport eine präventive Wirkung haben kann? Kann man also durch Sport Gewalttaten verhindern? Mein Mann und ich haben uns aus ganz anderen Gründen dafür entschieden, dass unsere Kinder Sport treiben. Aber Sport kann zweifellos auch dabei helfen. Einerseits lernt man dort Fairplay und andererseits kann man sich ganz gut abreagieren. Teilen Sie diese Meinung, Frau Steiner? Nein, sicher hat Sport eine Menge Vorteile. Das bezweifelt niemand. Aber er hat nicht a priori eine präventive Wirkung. Das hängt von der Sportart ab. Es gibt nämlich Sportarten, die mit viel Gewalt verbunden sind. Der Anteil der gewalttätigen Jugendlichen bei Kampfsport ist zum Beispiel sehr hoch. Interessant. Nun ein anderes Stichwort. Alkoholkonsum. Wie wir alle wissen, macht Alkohol aggressiv. In der Schweiz verbietet das Gesetz den Verkauf von Wein, Bier und Apfelwein an unter 16-Jährige und von Spirituosen, Aperitifs und Alkopops an unter 18-Jährige. Ist das Ihrer Meinung nach genug? Sollte vielleicht das Gesetz noch strenger werden, Frau Gerber? Ja, auf jeden Fall. Man sollte den Verkauf von Alkohol jeder Art an unter 18-Jährige verbieten. Denn Alkohol hat Auswirkungen auf das Verhalten und dies kann sich in Streit äussern. Und was meinen Sie, Frau Steiner? Ich befürchte, eine Änderung des Gesetzes würde kaum helfen. Das Problem liegt nicht daran, dass jemand unter 18 Bier oder Wein kaufen darf. In meinen Augen hängt das vielmehr damit zusammen, dass Jugendliche gern etwas Unerlaubtes machen. Auch eine Gewalttat? Natürlich. Oft wollen die Jugendlichen zeigen, dass sie stärker sind. Sie wollen Eindruck machen und erwarten die Anerkennung der anderen. Was für Vorschläge hätten Sie, Frau Steiner, um dieses komplizierte Problem anzugehen? Jugendgewalt ist nicht ein Problem, das nur die eine oder die andere Seite lösen kann. Zusammenarbeit von Familie, Schule, Staat und so weiter ist erforderlich. Am wichtigsten finde ich, dass alle klar zeigen, Gewalt wird nicht toleriert. Und Sie, Frau Gerber? Wichtig finde ich auch, dass die Kinder konfliktfähig werden. Die meisten Kinder sind Einzelkinder und haben nie gelernt, mit anderen zu streiten. Da könnte die Schule helfen, meine ich. Meine Damen, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.